Servus liebe Kickers Fans und jetzt gibt es noch die Entweder-Oder-Fragen für unser 1907 Kickers Magazin. Messi oder Ronaldo, ganz klar Ronaldo. Ulm oder Aalen, ja auch wenn ich in Ulm gespielt habe, Aalen ist meine Heimat, also ganz klar Aalen. Veggie Bros oder Avocado Bar, grundsätzlich beides, aber wenn dann Avocado Bar. Serien Marathon oder Filmabend, puh, etwas von beiden würde ich sagen. Städtetrip oder Strandurlaub, tja, am liebsten verbinde ich die zwei Urlaubsarten und zwar mache Backpacking. Da kann ich sowohl eine schöne Stadt anschauen, als auch einen schönen Strand, also mache ich das immer in einem. Und eventuell Partyurlaub noch mit Ibiza hinterher. Essen gehen oder Mamas Küche, sorry aber nichts geht über Mamas Küche, vor allem beim Italiener, also auf jeden Fall Mamas Küche. Instagram oder Snapchat, auf jeden Fall Instagram. Instagram.